Ja natürlich, also der Helm Mixino hat eine Arabienmasche, die kann man nicht sehen, aber ist trotzdem sehr flexibel und dämpft die Stöße durch die Schläge von dem Rad besser ab und das ist natürlich sehr wichtig für den Sportler. Sehr gut, also er ist sehr leicht, er hat viele Belüftungslöcher und er passt sich genau dem Kopf an und das gefällt mir sehr. Er hat vier Befestigungssysteme und ist so für jeden Kopf anpassbar und ist flexibel, was das Gesicht angeht. Dazu kommt noch die Karkasse, die für Regen und Wind zulässig ist. Er bietet Stärke, Sicherheit, Vertrauen und lust jedes Rennen zu gewinnen. Karkasse, die Karkasse, die Karkasse und die Karkasse und die Karkasse passend werden. Allerdings habe ich mit einem Dappel im nossos Glöbel Kompetenz gesehen. Vielen Dank.